In der Unibibliothek in Aachen. Aachen, 28.09.1987. Die Universitätsbibliothek der RWTH Aachen befindet sich in einem schmucklosen Gebäude aus den 70er Jahren mit hellgrau angestrichenen Betonbrüstungen und umlaufenden blaugrauen Fensterbändern. Über dem doppelstöckigen Erdgeschoss und einem überhöhten Obergeschoss liegen vier weitere Normalgeschosse, die bis zur Decke gefüllt sind mit allerlei Literatur, insbesondere natürlich solcher, die Themen der naturwissenschaftlichen und technischen Fachbereiche der Universität behandeln. Die Unibibliothek war nur knapp 300 Meter von Alex' Wohnung entfernt. Er verließ das Haus an diesem Mittwochmorgen bei strömendem Regen. Fünf Minuten später stand er auf dem hellblauen Linoleumboden des Erdgeschosses der Bibliothek und zeigte seinen Leserausweis vor. Man ließ ihn in einen Bereich, in dem hunderte von Schubkästen aus Holz standen, die mit Karteikarten gefüllt waren, auf denen jedes einzelne Buch mit seinem Titel, seinem Verfasser, dem Verlag, der ISBN und einer kurzen Inhaltszusammenfassung versehen war. Auf der Rückseite der Karten waren die Namen derer aufgelistet, die das Buch in der Vergangenheit ausgeliehen hatten und das zugehörige Datum. Draußen regnete es noch immer und es war kühl und windig geworden. Bei diesem Wetter verströmte die Bibliothek mit ihren vielen Büchern und dem Geruch nach Linoleum, Holz und altem Papier geradezu eine gewisse Gemütlichkeit, die Alex angenehm auffiel. Er lief die schmalen Gänge mit den hohen Regalen ab. Seine Augen suchten auf den Vorderseiten der in die Regalböden eingesteckten Karteikarten nach Stichworten, die ihm bezüglich seiner Fragen zur Bibel weiterhelfen konnten. Aber so sehr er sich auch bemühte, er fand keinen Hinweis. Unter B wie Bibel fand er nichts Passendes. Unter H war erwartungsgemäß kein Hiskia gelistet. Auch Assyrer oder Jerusalem waren nicht zu finden. Er ging zu den in der Nähe stehenden Tischen und arbeitete sich durch die Kataloge, die die zusätzliche Literatur in den Obergeschossen auflisteten. Aber er blieb auch hier erfolglos. Schließlich wandte er sich an einen Mitarbeiter. Es war ein älterer Mann, der damit beschäftigt war, ausgeliehene Bücher in die Regale einzuordnen. Sicherlich wüsste der, ob Alex in der Bibliothek fündig werden könnte. Entschuldigung, sprach er den Mann an. Ich suche ein Buch über die Belagerung Jerusalems unter Hiskia. Wissen Sie, ob ich hier in der Bibliothek etwas dazu finden kann? Der Mann wandte sich um und sah Alex mit großen Augen an. Ja, wissen Sie, hier stehen meistens Bücher für die Maschinenbauer oder die E-Techniker, wa? Ja, entgegnete er in einem typisch breiten Aachener Dialekt mit kölschem Einschlag. Sie sind sicher Theologe, wa? Nein, sagte Alex und lächelte, ich bin Architekt oder besser Architekturstudent. Aha, dann interessieren Sie sich wahrscheinlich für jüdische oder assyrische Architektur, wenn Sie nach so einem Buch suchen, wa? Da müssen Sie ins Reifmuseum gehen, wa? Ja, drüben bei den Architekten. Das ist nicht weit von hier, aber das wissen Sie ja selbst. Dort gibt es einige Bücher über Bau- und Kunstgeschichte. Ich nenne Ihnen den Namen meines Kollegen. Den können Sie dann dort ansprechen. Vielleicht kann der Ihnen weiterhelfen. Nein, nein, entgegnete Alex, das ist nett von Ihnen, aber ich suche einen anderen Zusammenhang. So, und welcher wäre das? fragte der Alte. Nun, mich interessiert, mich interessiert, nun ja, wie soll ich sagen, mich interessiert der biblische Zusammenhang, verstehen Sie? Nein, nicht so recht, meinte der Alte. Dann sind Sie doch Theologe, wa? Er lächelte. Nein, vielleicht mehr theologisch interessiert, beantwortete Alex die Frage und lächelte ebenfalls. Wissen Sie, ich habe gestern Abend einige Verse in der Bibel gelesen und war sehr erstaunt über das, was ich dort gefunden habe. Und nun möchte ich das gerne in den historischen Zusammenhang stellen, aber ich finde in meinen eigenen Büchern nichts, was mir weiterhilft. Ja, sagte der Alte und strich sich mit der Hand durch den Bart, manche Dinge in der Bibel sind wirklich seltsam. Wissen Sie, ich bin ja katholisch, wa? Wir lesen normalerweise nicht in der Bibel, wir haben unser Jotteslob. Aber dann und wann, aber sagen Sie dem Priester nix, wa? Da nehme ich die Bibel auch mal zur Hand und es tut mir immer gut. Aber manche Stellen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wa, die übersteigen einfach meinen Verstand. Alex war erstaunt. Mit so einer Reaktion hat er nicht gerechnet. Er wollte den Mann gerade ermutigen, weiter in der Bibel zu lesen, als dieser ihm winkte und ihn aufforderte, ihm zu folgen. Da kommen Sie mal mit. Er ging mit Alex in einen der hinteren Räume der Bibliothek zu einem kleinen Regal. Die Bücher hier, die gehören zum ältesten Bestand der Bibliothek. Die Germanisten, die hatten früher in ihrer Bibliothek auch theologische Literatur, aber nur eine kleine Auswahl. Die wurde dann aufgelöst und die hatten eine neue Bibliothek. Wir haben den Bestand ähnlich hier nur zwischengelagert, aber im Laufe der Jahre ist er einfach hier geblieben. Niemand hat sich mehr dafür interessiert. Da rechts im Fach steckt ein Heftchen, in dem Sie alle Bücher aufgelistet finden. Vielleicht finden Sie, was zu suchen, wa? Alex war platt. Da stand er nun vor einem Regal mit Büchern, die mindestens ein halbes Jahrhundert alt waren. Hier hatte schon lange niemand mehr gesucht. Der Katalog war zwar schon alt und vergilbt, aber man sah ihm an, dass er kaum benutzt worden war. Viele der Bücher waren noch in altem Deutsch geschrieben. Aber Alex spürte, dass er hier vielleicht das finden könnte, wonach er gesucht hatte. Er stöberte also in dem Katalog und suchte die Regalfächer nach hilfreicher Literatur ab. Er fand einen Band über die asyrischen Könige und ihre Feldzüge. Er fand etwas über die Stadt Jerusalem zur Zeit des Kias. Und er fand zwei Kommentare, von denen einer sich textkritisch mit Jesaja 37 bis 39 beschäftigte und der andere die Geschicke Jerusalems zur Zeit des Alten Testaments beschrieb. Er packte die Bücher zusammen und ging zur Ausleihe. Die junge Frau am Schalter registrierte die Bücher, schaute ihn an und meinte, na, die hat aber auch lange keiner mehr gelesen. Stimmt, sagte Alex, wird mal wieder Zeit. Er trat hinaus in den kalten Septembermorgen und der Regen peitschte ihm ins Gesicht. Er hatte die Bücher in seinen Rucksack gepackt und rannte so schnell wie möglich zurück zu seiner Wohnung. Oben angelangt, kochte er sich einen Tee und machte sich sofort daran, die Bücher eingehend zu untersuchen. Einige Stunden später stellte er fest, dass weder in den Kommentaren noch in den übrigen ausgeliehenen Büchern etwas zur Bibelstelle über Hiskia zu finden war. Es gab zwar viele textkritische Anmerkungen. Auch die notvolle Lebens- und Glaubenssituation der Bürger Jerusalems während der Belagerung durch Sanherib wurde beschrieben und in epischer Breite darauf hingewiesen, dass Jesaja 37 bis 39 in einem vollkommen anderen Schreibstil verfasst wäre als die umliegenden Textteile und hieraus wurden dann auch kritische Bemerkungen abgeleitet. Aber zu der Aussage Hiskias, dass die Kinder an die Geburt gekommen seien und keine Kraft da war, sie zu gebären, war kein Sterbenswörtchen erwähnt worden. Seltsam, dachte Alex. Es scheint fast so, als ob alle Kommentatoren die Aussage Hiskias über die Geburt vollkommen ausblenden, ja sie geradezu übergehen, so als ob sich niemand hierzu äußern wollte oder als ob niemand etwas hiermit anzufangen wüsste. Es war Mittag geworden. Über der ganzen Forscherei hatte er seine Vorlesung über Baukonstruktion bei einem sehr gefürchteten Professor geschwänzt. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Aber die Sache beschäftigte ihn so, dass er ihr unbedingt nachgehen musste. Es war Zeit für die Mensa und er machte sich auf den Weg zum Mittagessen. Vielleicht würde er dort einige Freunde aus der Gemeinde treffen, die er nach der Sache mit Hiskia fragen könnte. Er lief wenige hundert Meter den Hirschgraben hinauf und bog dann in die Pondstraße ab. Nach weiteren 200 Metern erreichte er den Innenhof einer ehemaligen Molkerei, in der sich jetzt eine kleine, aber sehr beliebte Mensa der RWTH befand. In dem gegenüberliegenden Trakt lag das von Studenten aller Semester regelmäßig hochfrequentierte Kaffee-Molkerei. Hier traf man sich gerne nach dem Mittagessen, um zu plauschen und ein Tesschen Kaffee zu trinken, das gerne mit einer Aachener Printe, einer Art Lebkuchen, versüßt wurde. Nachdem Alex in der Mensa sein Mittagessen eingenommen hatte, ging er in die Molkerei. Aufgrund des Regens und der hohen Besucherzahl waren die Innenscheiben der großen Fenster vollkommen beschlagen. Es war jetzt sehr laut und ungemütlich. Aber Alex traf Nick. Sie grüßten sich und Nick bat Alex, sich doch zu ihnen zu setzen. Am Tisch saßen noch weitere Leute aus der Gemeinde, die ebenfalls in Aachen studierten. Es war eine nette Runde junger Leute, die einerseits intelligent genug waren, ein Hochschulstudium zu absolvieren und andererseits Christen waren, also einem Buch glaubten, das mindestens 2000 Jahre alt war. Dieser Anachronismus gefiel Alex gut und er schätzte diese Art von Leuten. Vor einigen Tagen hatte ihm Ulla, ebenfalls eine Kommilitonin, die die Gemeinde besuchte und die gerade in Chemie promovierte, erzählt, dass an der Uni schon längst nicht mehr die Evolution gelehrt werde. In den letzten Jahrzehnten waren die Wissenschaftler etwas bescheidener geworden. Je mehr sie versuchten, ihre Fragen zu beantworten, desto mehr Fragen taten sich auf und die Wahrscheinlichkeit, dass das Universum mit all seinen Naturgesetzen, die zum Teil bis in den Mikrokosmos Bestand hatten, im Makrokosmos zum Teil aber komplett aufgehoben wurden, rein zufällig entstanden sei, wurde von einer wachsenden Anzahl ernstzunehmender Wissenschaftler mehr und mehr in Frage gestellt. Es gab natürlich auch viele Wissenschaftler, die diesem Thema aus dem Weg gingen, weil sie fürchteten nicht mehr ernst genommen zu werden, aber es schien immer mehr so zu sein, als ob irgendeine Art von Persönlichkeit das Universum gewollt haben musste. So stießen die Wissenschaftler in Physik, Chemie, Biologie und Astrophysik immer wieder auf die Gottesfrage. Aber kaum jemand unter ihnen traute sich offen zuzugeben, dass die hypothetische Annahme einer übergeordneten Intelligenz, die die Welt und ihre Naturgesetze geschaffen haben könnte, zu sehr viel plausibleren Forschungsergebnissen führte. Und die, die es taten, wurden als Spinner diffamiert. Unser Alex wird noch zum studierten Theologen, wenn er so weitermacht, flachste Nick. Warum das? fragte Ulla nach. Nun, sagte Nick, Alex beschäftigt sich mit Johannes 3 und stellt Fragen, die keiner von uns beantworten kann. Und welche Fragen sind das? fragte Ulla neugierig. Alex will wissen, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt die Rede ist. Er meint, dass Jesus Nicodemus vorwerfe, er wisse nichts davon und Nicodemus könne das halt nur aus dem Alten Testament wissen. Also lautet seine These, die Wiedergeburt muss im Alten Testament beschrieben worden sein. Hey, das ist eine wichtige und zentrale Frage des Glaubens, verteidigte sich Alex lachend. Und interessant, meinte Ulla. Ja, aber niemand kann sie mir beantworten. Was ist los mit euch? Kennt ihr eure Bibel nicht? frotzelte Alex in die Runde. Also, weiß denn jemand von euch, wo die Wiedergeburt im Alten Testament zu finden ist, fragte Nick in die Runde und lächelte triumphierend, weil er auch keine Antwort erwartete. Nun, sagte Ulla, ich denke in Ezekiel. Ja, das habe ich Alex auch schon geantwortet, sagte Nick, aber Alex ist nicht zufrieden damit. Warum nicht? Fragte Ulla. Nun, sagte Alex, in Ezekiel ist nicht die Rede von Wiedergeburt, nicht mal von Geburt. Ezekiel spricht lediglich davon, dass Gott seinem Volk ein neues Herz geben will und einen neuen Geist. Aber danach fragt Jesus Nicodemus nicht. Er sagt nicht, du musst ein neues Herz haben, Nicodemus. Oder du brauchst einen neuen Geist. Dann wäre Nicodemus vielleicht nach Ezekiel eingefallen, denn er kannte sicher große Teile der Bibel auswendig. Aber das fragt Jesus nicht. Und er bezieht sich auch nicht auf die Stelle in Ezekiel. Die Wiedergeburt muss also noch woanders zu finden sein. Ulla dachte nach. Wahrscheinlich hat Alex recht. Was? Es gibt noch eine Bibelstelle, in der von der Wiedergeburt die Rede sein könnte. Und welche ist das? Erkundigte sich Alex. Diese Bibelstelle befindet sich in Jesaja 66. Warte mal, ich habe eine Bibel dabei. Ich schlage das mal schnell nach. Sie öffnete ihren Rucksack und zog eine kleine Taschenbibel heraus. Ah, hier steht es. Ich habe es gefunden. Das ist Jesaja 66. Hier ab Vers 6. Es heißt so. Horsch. Lärm aus der Stadt. Horsch vom Tempel her. Horsch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genießen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wart ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der Gebären lässt den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Alex war platt. Da hat er den ganzen Morgen in der Bibliothek verbracht, sich durch die ganzen alten Schinken durchgewälzt, seine eigenen Bücher durchgesehen und nichts gefunden. Und jetzt saß er hier in der Molkerei und Ulla nannte ihm einfach so auf Nachfrage eine weitere Stelle aus dem Alten Testament, die mit der Wiedergeburt zu tun haben könnte. Was weißt du über diese Stelle? Fragte Alex Ulla. Naja, soweit ich weiß, geht es hier um Israel, das an einem Tag, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, von neuem geboren werden wird. So sagt es zumindest unser Pastor in unserer Gemeinde. Sonst weiß ich auch nichts drüber. Und du, Nick, was weißt du davon? Ja, ich habe auch schon mal von der Stelle gehört, aber sie ist mir bei unserem letzten Gespräch nicht eingefallen. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts über die Stelle und habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört. Hierüber wird auch nur sehr selten gesprochen und die meisten kennen sich damit nicht aus. Und wo kann man mehr über diese Bibelstelle erfahren, hackte Alex nach. Es gibt verschiedene Kommentare zur Bibel, zum Beispiel das Lexikon zur Bibel oder auch Herr das Neues Bibellexikon und das Kalwa-Bibellexikon. Und dann gibt es eine ganze Kommentarreihe, wie zum Beispiel Betrachtungen über die Bücher der Bibel von Dabi, dann die Wuppertaler Studienbibel und so weiter. Aber die sind sehr umfangreich und teuer. Wenn du willst, kann ich dir von zu Hause den Band mitbringen, der sich mit Jesaja beschäftigt, meinte Ulla. Mann, das wäre super, freute sich Alex. Ich muss gehen, sagte Ulla, ich bringe dir das Buch nächste Woche mit. Wir sehen uns am Mittwoch zur Bibelstunde. Bis dann, macht's gut. Ulla verabschiedete sich und auch Alex packte seine Sachen zusammen. Er wollte wieder zurück in seine Wohnung und sich die Bibelstelle in Jesaja 66 nochmal anschauen. Später am Nachmittag hatte er dann wieder Vorlesungen und auch hierfür musste er sich noch kurz vorbereiten. Als er aus der Molkerei heraustrat, empfand er die frische Septemberluft als Erholung. In der Molkerei war es feucht, warm und laut gewesen. Aber jetzt zog er die frische, saubere Luft tief in seine Lungen. Der Regen hatte aufgehört und er begab sich schnellen Schrittes wieder in seine Studentenbude. Als er am Nachmittag die Zeit fand, Jesaja 66 aufzuschlagen, war er erstaunt. Auch hier war tatsächlich die Rede von Geburt. Das stimmte. Aber es war wieder eine sehr seltsame Geburt, von der hier die Rede war. Nämlich eine Geburt, ohne dass jemand Wehen gehabt hätte. Das ist etwas Unnatürliches. Und auch Jesaja schien ganz offensichtlich hierüber erstaunt zu sein. Nicht weniger war es Alex. Aber noch etwas anderes fiel ihm auf. Beide Male sprach die Bibel von Geburt und beide Male ging es um die Stadt Jerusalem.